Mic check, 1, 2, check, 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 yes. Hi, willkommen im Ruhnport Bad Bentheim. In den nächsten vier Tagen schauen wir uns an, ob Ruhnport eine älter Alternative zu Centerparks ist. Also, ich würde sagen, los geht's, nicht lang schnacken. Ruhnport, schon mal gehört? War mir auch neu, war aber definitiv ein Testwert. In diesem Video vergleichen wir also meinen Besuch im Centerparkshof Sauerland mit meinem Besuch im Ruhnport Bad Bentheim und schauen, ob es sich lohnt, auch mal abseits des Branchenprimos Urlaub mit der Familie zu machen. Beide Parks sind sehr repräsentativ und somit gut zu vergleichen. Ruhnport gehört übrigens seit dem Jahr 2023 zu Landal Green Parks. Hierbei handelt es sich ebenfalls um einen Ferienparkbetreiber. Beide werden ab Herbst diesen Jahres unter der Marke Landal auftreten. Der Name Ruhnport wird also verschwinden. Das nebenbei als Information, falls du dir das Video erst anschaust, wenn es den Namen Ruhnport schon nicht mehr gibt. Aber nun? Lass uns starten. Wie bei Centerparks handelt es sich bei Ruhnport um ein niederländisches Unternehmen. Ruhnport steht also in direkter Konkurrenz mit Centerparks. Demnach ist es nicht verwunderlich, dass das Konzept annähernd ähnlich ist. Große isolierte Ferienparks mit vielen Freizeitangeboten, eigenen Einkaufsmöglichkeiten und einem Schwimmbad. Wie bei Centerparks befinden sich die Parks meist fernab von Großstädten in eher ländlichen Umgebungen. Dies ist meiner Meinung nach bewusst gewählt, weil es dafür sorgt, dass das Geld der Gäste vornehmlich im Park selbst ausgegeben wird. Natürlich hat so ein Park aber auch Vorteile für die Region, in der er sich befindet. Der Ruhnport Bad Bentheim befindet sich, wie der Name schon sagt, im Kurort Bad Bentheim. Bad Bentheim ist eine Kleinstadt 80 Kilometer östlich von Osnabrück, ganz dicht an der holländischen Grenze. Der Park ist sauber und gepflegt und im Zentrum befindet sich das Hauptgebäude. Hier findest du das Restaurant, den Supermarkt und diverse Freizeitangebote. Der Park ist dauerhaft mit dem Auto befahrbar, denn das Parken ist direkt am Haus möglich. Der Check-In erfolgt online. Die Türen deines Hauses kannst du per Teilencode öffnen. Diesen erhältst du ebenfalls vorab online. Ziemlich cool. Der Center Park sucht Sauerland befindet sich im Herzen von Deutschland, in Medebach. Er liegt ca. 80 Kilometer östlich von Kassel. Der Park ist ebenfalls sauber und gepflegt. Auch hier stellt das Hauptgebäude, der Market-Dom, das Zentrum des Parks dar. Dieser befindet sich aber deutlich näher am Eingang des Parks im Gegensatz zu Ruhnport. Ebenfalls sind hier das Restaurant, der Supermarkt und diverse Freizeitangebote untergebracht. Das Freizeitangebot ist bei Center Parks bedeutend größer. Vor allem für Kinder. Im Gegensatz zu Ruhnport ist der Park jedoch nur am An- und Abreisetag mit dem Auto befahrbar. Parken ist auf einem großen zentralen Parkplatz am Eingang möglich. Der Check-In erfolgt auf dem Parkplatz im Auto. Hier erhältst du Armbänder, um unter anderem dein Haus zu öffnen. Anschließend kannst du zum Auspacken direkt mit deinem Auto zum Haus fahren und bringst es später auf dem Parkplatz zurück. Beide Parks punkten hier in unterschiedlichen Kategorien. Das Pkw-Konzept gefällt mir persönlich im Ruhnport besser. Auch das Erscheinungsbild des Parks gefällt mir deutlich besser. Dafür punktet Center Parks mit seiner Lage und den vielen tollen Freizeitmöglichkeiten im Park und in der Umgebung. Unentschieden. Im Ruhnport haben wir für fünf Tage im März 485,97 Euro bezahlt. Davon entfallen 65 Euro für eine Kaution, die nach der Reise zurückerstattet wird, wenn man im Haus keine Schäden verursacht hat. Im Center Parks haben wir für sieben Tage im Juli 1461,20 Euro bezahlt. Diese Preise sind natürlich nicht vergleichbar. Also müssen wir das Ganze einmal durchspielen. Testen wir das Ganze doch einmal für eine Woche im Oktober. Fangen wir mit Ruhnport an und wählen die Woche vom 7.10. bis 14.10. 2024 für zwei Erwachsene und drei Kinder. Hier sieht man auch direkt, dass die An- und Abreisetage im Ruhnport immer Montag oder Freitag sind. Wir nehmen direkt das günstigste Ferienhaus. Das ist auch das, welches wir hatten und kommen auf 611 Euro. Hier darf man natürlich nicht die 65 Euro Kaution vergessen, die du aber im Normalfall natürlich immer zurück bekommst. Nun gehen wir weiter zum Center Parks. Nehmen die gleiche Woche, stellen fest, dass auch hier die An- und Abreisetage immer Montag oder Freitag sind. Nehmen die gleiche Anzahl an Personen und auch hier das günstigste Haus. Wow, 1949 Euro? Das ist aber krass für Oktober. Der Punkt für den Preis geht also eindeutig an Ruhnport. Übel. Mit dieser Preisdifferenz hätte ich echt nicht gerechnet. Machen wir weiter mit dem Essen und Trinken. In beiden Parks gibt es einen Supermarkt, in dem du alles Notwendige bekommst. In beiden Parks gibt es auch ein Restaurant. Hier hebt sich Center Parks allerdings deutlich ab, denn es gibt mehrere verschiedene Restaurants. Der Ruhnport hat nur ein Restaurant. Letztlich muss man aber sagen, dass das Essen in beiden Parks nur durchschnittlich schmeckt und dafür auch noch ziemlich teuer ist. Aber wer es mag, der findet hier was. Wir sind in beiden Parks immer gern auf die Angebote in der Stadt ausgewichen. Im Gegensatz zu Bad Bentheim sind die Restaurants in Medebach eine absolute Empfehlung. Das Essen schmeckt überall grandios. Die Restaurants in Bad Bentheim waren aber dennoch definitiv besser als im Park selbst. Punkt für Center Parks. In beiden Parks haben wir in einem Haus mit zwei Etagen gewohnt. Die Häuser sind relativ klein, aber vollkommen ausreichend für fünf Personen. Das Ruhnport Haus war deutlich sauberer und weniger abgewohnt als im Center Parks. Vor allem die Bäder waren deutlich schöner. Dafür ließ allerdings die Küchenausstattung zu wünschen übrig. Der Gasherd funktionierte nur dürftig und es gab unter anderem keinen Toaster. So, wir können nach oben gleich stehen. Mein Paar, soll ich die Tür aufmachen? Wo es man sehen will, mach die Tür auf. Die können ja auch stehen bleiben im Flur. Oh, wir haben zwei Sofas, Papa. Ja? Eins für mich, eins für Mama, keins für euch. Doch! Kannst du lesen? Das ist wahrscheinlich verletzlich, oder? Schön, dass du hier bist. Ja. Wie sieht denn das so aus, oder musst du das leicht benutzen? Ja! Wahrscheinlich, oder? Ja. Oh, das sieht aber gut aus. Ja. Ja. Wie sieht hier oben aus? Das ist auch ein Schlapp. Und hier ist doch euer Riss. Ich habe ja noch nicht mal das gesehen. Guck mal, komm! Mein Bett ist da hinten. Hier hinten, das ist dein Bett? Ja. Glaube. Okay. Das ist anders als gedacht. Ja, ist dein Klo, lass sehen. Guck. Die Bäder sind schön renoviert, oder? Die sehen gut aus. Ja. Hier hinten ist eine Dusche. Oh, genau. Badewanne und Dusche. Ja, beide. Cool. Ist nicht schlecht. Das ist ja das Wichtigste, dass die Bäder schön sauber sind, oder? Ja. Sehr gut. So, jetzt habe ich mein Zimmer noch nicht gesehen. Wo darf ich denn schlafen? Hier. Im Auto. Im Auto, ja. Im Kofferraum am besten. Draußen im Zelt, was wir vergessen haben. Ah. Okay. Im Center Parks Haus hast du alles, was du brauchst. Aber wie bereits gesagt, das Haus war deutlich abgewohnter. Wir rutschen fleißig ausgetackt. Wir gehen jetzt früher. Die geht jetzt nach oben. Dann gehen wir gleich hoch. Und dann schauen wir uns das erste Barbezimmer an. Toilette, Spiegel, Waschbecken und eine Dusche. Wie geht der fast streng? Ist aber in Ordnung. Dann haben wir hier das Elternschlafzimmer. Dann haben wir ein Doppelbett und einen Schrank, um Sachen auszupacken. Da haben wir hier einmal die Küche. Vollkommen ausgestattet. Vollkommen ausreichend auch. Dann haben wir einmal den Wohnbereich mit einem kleinen Fernseher. Internet ist dabei. Auch kleiner Kamin. Gut. Dann gehen wir nach oben. Hier unten war es das. Oben haben wir noch zwei Kinderzimmer und ein Badezimmer. Machen wir das Badezimmer mal an. Auch hier haben wir eine Toilette, eine Dusche, Spiegel und Waschbecken. Wir lassen es wirklich ganz gut aushalten. Gut und dann haben wir noch zwei Kinderzimmer. Einmal hier den linken Bereich zwei Betten mit Schrank und dann den rechten Bereich ebenfalls zwei Betten mit Schrank und natürlich in jedem Zimmer ein Fenster mit ein bisschen Aussicht auf die Nachbarn. Beide Parks bieten außerdem vernünftiges Internet. Unbegrenztes WLAN ist kostenfrei nutzbar. Trotz der Mängel in der Küche schneidet unterm Strich das Rumpod-Haus für mich persönlich besser ab. Punkt für Rumpod. In jedem Center-Parks findest du ein Schwimmbad mit dem Namen Aquamundo. Bisher haben mir alle gut gefallen. Es gibt diverse Innen- und Außenbecken, Wasserrutschen und einen großen Wasserspielplatz. Also alles, was das Herz begehrt. Im Rumpod gibt es kein eigenes Schwimmbad. Allerdings befindet sich direkt am Parkeingang der Badepark Bentheim. Als Rumpod-Gast erhältst du hier eine Badeflatrate ohne zusätzliche Kosten. Demnach ist das also kein wirklicher Unterschied zu Center-Parks. Der Badepark selbst besitzt ebenfalls mehrere Becken, eine Wasserrutsche und einen Kinderbereich. Im Vergleich ist das Aquamundo eher für Kinder geeignet, während der Badepark Bentheim etwas schöner für Erwachsene ist. Dennoch kommen in beiden Schwimmbädern alle Altersklassen auf ihre Kosten. Unentschieden. Und im Gesamtergebnis ist auf Grundlage der reinen Fakten somit Rumpod bzw. Landal der knappe Sieger. Wie du siehst, ist das Angebot sowohl bei Rumpod als auch bei Center-Parks relativ gleich. Große Unterschiede sind kaum auszumachen. Sehr auffällig ist allerdings, zumindest in unserem Test, der deutlich höhere Preis bei Center-Parks. Das musst du für dich allein entscheiden, ob es dir das wert ist. Vom sonstigen Angebot her ist es fast egal, für welchen Anbieter du dich entscheidest. Das Ganze ist komplett von deinen eigenen Vorlieben abhängig. Für mich persönlich entscheidend ist immer die Umgebung des Parks und die örtliche Lage. Die Angebote im Park sind wichtig, damit die Kinder beschäftigt sind und ihren Spaß haben können. Aber mal ehrlich, die sind überall super, auch wenn Center-Parks da mehr zu bieten hat. Das Freizeitangebot in der näheren Umgebung hat für mich immer eine größere Bedeutung. Ich fahre nicht in den Urlaub, um den ganzen Tag im Park oder im Haus zu sitzen. Bei diesem Vergleich schneidet der Center-Parks-Hoch-Sauerland für mich persönlich somit bedeutend besser ab. Das liegt aber nicht am Park, sondern zu 100% an meinem persönlichen Vorlieben. In jedem Fall machst du bei beiden Parks keinen Fehler. Wenn wir den Preis mal beiseite packen, kannst du dir immer einen schönen Urlaub machen. Du siehst, es muss also nicht immer Center-Park sein. Es gibt durchaus attraktive Alternativen, wie zum Beispiel Rumport bzw. Landal. Für mehr Einblicke in den Center-Parks-Hoch-Sauerland schau dir gern das hier eingeblendete Video an. Denn hier bekommst du noch mehr Informationen zum Park und der Umgebung.